Seit 1982 existiert in Mühlin die Schreinerei Chiem GmbH, welche heute als Familienunternehmen bereits in zweiter Generation geführt wird. Kompetent, umweltfreundlich und mit fachmännischem Kennen verwirklichen wir Möbeldesign in vollenderter Qualität. Ob ein einzelnes Möbelstück oder eine komplette Wohnraumgestaltung, unsere Massanfertigungen werden jedem gerecht. Dank unserer Kundennähe holen wir für Sie das Optimum der gegebenen Situation heraus. Unsere Stärken sind einfache und durchdachte Lösungen sowie kreative Farb- und Formgestaltung. Design macht Freude. Die Schreinerei Chiem gestaltet, plant und realisiert mit viel Einfühlungsvermögen Möbel nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Die Produkte sind einzigartig und jedem Kundenwunsch entsprechend angefertigt. Unsere jahrelange Erfahrung und das nötige Know-how garantieren Ihnen, dass Sie auch nach Jahren noch Freude an den speziell für Sie kreierten Möbeln haben werden. Die Möbel werden professionell am Computer mit CAD geplant, konstruiert und gezeichnet. Gute funktionelle Details führen zum Erfolg. Unsere Preispolitik ist marktgerecht und überzeugt damit jeden Konten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Rolf, komm mal schauen. Wir haben hier unser nächstes Projekt. Wir haben hier eine Fernsehmühle. Die Mitarbeiter werden aktiv ins Betriebsgeschehen einbezogen. Unser gut funktionierendes und motiviertes Team bewirkt durch seine grosse Flexibilität kundenfreundliche und zuverlässige Liefertermine. Motivierte Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital. Dieser Gedanke ist für die Schreinerei KIEM besonders wichtig. Erfahrung und Kompetenz schaffen Mehrwert für unsere Kundschaft und für die Schreinerei. Das Arbeitsklima ist geprägt von Teamgeist, Kommunikation und Kooperation. Das motiviert unsere Mitarbeiter und bringt ihre Fähigkeiten zu vollen Entfaltungen. Ihre Wohnraumvision wird Wirklichkeit. Kompetent, kreativ und engagiert realisiert die Schreinerei KIEM GmbH ihre Wünsche in höchstem Qualitätsstandard. Die Schreinerei KIEM GmbH Untertitelung des ZDF für funk, 2017